Einen wunderschönen liebe Fatmans Group und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Little Nightmares. Wir sind als letztes aus der Küche geflohen, glaube ich, gell? Wo wir diesen Schlüssel oben im Schlafzimmer suchen mussten. Ah ja, genau, wir müssen das Fleisch sammeln. Oh mein, wie in der Ecke sitzt. Oh, tut die mir leid. Genau, wir brauchen nämlich Gewicht in diesem Fleischwolf. Hier. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir... ...da schon was drin haben. Ah ja, okay, so was. Jetzt drehen. Und dann kommen diese Würstel da runter. Und die reichen aber nicht, weil wir müssen das dann als Liane benutzen, um uns da rüber zu schwingen. Wir fahren mal jetzt hoch. Und da oben war dann... ...zwei Fleisch habe ich bisher gefunden hier oben. Einmal das hier. Ja, fall runter. Jawohl. So. Und eins war oben auf dem Schrank. Mein Gott, wie am Schnürchen, ha, Leute? Und... Ui. So, die zwei habe ich und ein drittes habe ich nicht gefunden. Ich hoffe, dass das reicht. Ich würde sagen, wir gucken jetzt trotzdem nochmal hier in dem Nebenraum. Da muss noch eins sein. Wozu wäre dieser Raum sonst da? Da muss ja irgendeinen Sinn haben. Aber da ist es so zackenduster. Also hier ist nix. Dann kann man noch hier hoch. Ja, da liegt dieser komische kleine Mann. Aber sonst... Äh, da kann ich nicht hoch. Wir probieren mal. Vielleicht reicht's ja. Tun wir die zwei mal runter. Und hoffen das Beste, meine Freunde. Erstmal ein Schlückelchen Käffchen. Ne? So, erst wieder runterfallen lassen. Kriegst du aus einem so'n Fleischding bloß eine Wurst raus, oder was? Glaube ich dir auch nicht, Junge. So, reicht das? Schaut gut aus. Alter, geht's noch dunkler. Okay, der nächste Kühlschrank. Aber so mag ich das. Weißt, ein bisschen Rätseln wirst nicht gejagt, nicht verfolgt. Schmeckt! Oh, ein Schloss. Ah, ein Aufzug. Okay. Da müssen wir wieder einen Schlüssel finden. Boah, ich hasse Schlüssel finden. Oh! Mann, ey. Da, da in die Kiste können wir rein. Okay. So, Aufzug rufen. Und hier rein. Oh, oh. Oh, oh. Boah, ist der hässlich, Alter. Geht das jetzt? Oh, Gott, das ist immer so spannend. Das ist so spannend. Okay, der ruft den Aufzug. Hier rein. Oh, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Haha, weiß nicht, wo ich bin. Jetzt macht er die Tür auf. Ah, die konnte ich ja nicht aufmachen. So. Oh, mein Gott, ist das unangenehm. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter. Alter. Oh, leck mich am Arsch. Okay, da ist ein Knopf zum drücken. Was jetzt? Oh, nein. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Oh, mein Gott, lass mich. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, fuck. Was. Was hätte ich jetzt machen sollen. Der muss in den Raum rein. Aber warum? Und wo gehe ich hin in der Zeit? Alles cool, Bro. Okay, rein da. So, das sind Dosen. Also ich kann da auch hinwerfen. Dann könnte ich mich... ...verstecken. Verdammt, was soll ich da machen? Also hinter den Dosen verstecken bringt ja nix. Was bringt das, wenn ich den hier herhole? Verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja, geil. Jetzt bin ich halt hier. Ach, da ist der Schlüssel. Hoch. Mann, was macht der denn? Lauf, lauf. Oh mein Gott, ist das spannend, Alter. Soll ich jetzt gleich da rein? Wohin? Nein. Nein. Nein, ich bin da schon drin. Ich bin... Du hast... Scheiße, Alter. Oh, das ist so spannend. Das packst du nicht. Das packst du nicht. Jetzt muss ich da... Ich muss das alles nochmal machen. Ich weiß ja nicht mehr, ob das richtig war. Okay, runter, runter, runter. Hoch. Hoch. Schlüssel. Lauf. Boah, das war smooth, Alter. Das war richtig smooth. Runter. Ich weiß halt nicht mal safe, ob das stimmt, dass ich da gleich rein muss. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Weil ich bin doch schon drin. Hat das gezählt? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich war doch schon drin. Oh mein Gott. Drum hier, Schlüssel rein. Ja, mach. Rein. Hoch. Auf. Rein. Und vorbei. Schon wieder nicht geschafft. Mein Gott, das ist so... Das Spiel hat so eine Arschlochsteuerung. Und dann wegen dem kleinsten Dreckswurzel Millimeter falsch gesprungen geht's nicht. Das ist doch affig. Das ist affig. Vierter Versuch. Das war's eigentlich schon wieder. Ja, war's schon wieder. Vorbei. Okay, da drin kann ich mich verstecken. Oh mein Gott, das ist so easy, Alter. Ich bin... Lost. Einfach lost. Einfach lost. Mann, Mann, Mann. Das wäre so easy gewesen. Okay, ich sehe gar nichts. Du hast doch eine Puppe. Kann ich nicht nehmen. Den kann ich nehmen. Warum? Hä, wo geht's hier lang? Hallo? Ach, hier kann man hochklettern, oder? Ja. Ah, jetzt bin ich... Ah, okay. Jetzt bin ich quasi wieder unter ihm, oder? Ja, da kann ich wieder hoch. Ich will nicht da hoch. Sind sie doch noch zu zweit? Okay, da brauche ich nicht hochgehen. Da sehen sie mich ja instant. Kann ich einfach die ganze Strecke... Ja, hier ist Schluss. Mist. Okay. Ja, geh mal hier jetzt mal hoch. Schauen wir mal, was passiert. Okay, ist nicht so cool. Jetzt ist er weg. Ich weiß halt auch wieder nicht, wo ich hin muss, gell? Wo geht's hier lang? Da ist eine Tür. Scheiße, runter, da runter, runter. Da kommt, glaube ich, her. Da ist ein Hebel. Ist der jetzt hier bei mir? Nö. Was ist das für ein Hebel? Hat er mich? Hat er mich? Er hat mich, er hat mich. Nein, er hat mich nicht. Geh, geh einfach weg. Geh einfach weg. Da ist niemand. Okay, aber ich weiß auch nicht, was das gebracht hat. Bleib mal noch da unten. Was hat denn das gebracht? Irgendwas läuft da jetzt. Irgendeine Maschine oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da kann ich nicht hoch. Ach so, Haken jetzt. Okay. Da war nix. Da war nix. Ich habe gesagt, da war nichts. Da war nix. Verpiss dich. Ach, mir fällt gerade ein. Ich konnte mich ja auch umgucken. Das würde zwar hier und da schon leichter machen, das Spiel. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Da hoch vielleicht? Nee. Ich habe mich in einer ganz geilen Position jetzt hingesetzt. Ja, geh weg jetzt, Junge. Ich muss irgendwo hoch. Ja, die Teller sehen schon so ein bisschen nach Leiter aus, gell? Ja. 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 Alter, wie hat der mich jetzt nicht gesehen? Wie hat denn der mich jetzt nicht gesehen? Das ist ja voll geil. Ja. Ja. Jawoll. Leute. Das war jetzt aber schon Dussel, gell? Okay. Ha, die kommen nicht hin. Ihr fetten Mongos. Wie sie ausflippen. Oh, oh. Der Hebel. War jetzt kein Scheiß. Nice. Scheiße. Kriegt der mich da? Muss ich runterspringen? Ich muss runterspringen. Okay, ja, ja, da musste ich ja. Boah. Alter, was? Was soll ich denn da machen, bitte? Was soll ich denn da machen, bitte? Was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Ha, 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 ha. Boah, geil. Das war geil. Das war richtig. Richtig geil jetzt. Also, vom Spiel her war es Spiel. Das Spiel war ja gut gemacht, Leute. Jetzt größen wir da wegen. Und Errungenschaft, die Küche, erledigt. Pling, Leute. Und mit dieser frohen Kunde suchen wir uns einen Speicherpunkt. Oh, oh. Alter, was ist denn das jetzt? Oh, eine ganz kleine Leiter. Oh mein Gott. Oh, Licht. Licht gefällt mir. Licht mag ich. Ich bin auf einem Schiff. Aha. Das ist ja mal cool. Das hätte ich nicht gedacht. Ein ganz kleines Schiff. Oder ist das so eine, ist das wie so eine Ölbohreinsel oder sowas? Die kommen ja gerade alle von dem Schiff rüber. Alter, was seid ihr denn? Was sind denn das für Gestalten? Kommt da irgendwann mal ein Speicherpunkt? Ja, geht's da durch? Okay. Oh. Alter, was seid ihr? Boah, da oben ist der Oberbabo, oder? Ne, das ist irgendeine Tossi. Ich glaube, die sind ja alle zum Fressen. Kann das sein? Dass das so eine Art Restaurant ist, wo so kleine Kinder gegessen werden, oder? Das wäre ja mal richtig harter Shit, Alter. Kannst du da nicht bringen. Ja, ja, die fressen da alle. Was ist denn hier los? Oh. Der Fettsack. Kann er es nicht. Oh Gott, der kommt noch mit. Wohin? Ach, da hoch. Alter, der ganze Tisch ist voll. Das würde dir doch reichen, du fette Sau. Mann, wo bin ich hier gelandet? Was geht denn ab jetzt? Ah, da hinter. Weg damit. Eine Fackel. Da zündet man den Scherstrick doch mal, oder? Was meinst du denn hier? Ich hätte echt gedacht, wir haben es durch, Leute. Aber wir haben es noch nicht durch. Das heißt, nächste Woche kommt noch eine neue Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da dabei seid. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Oder wenn euch das Video gefallen hat und ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal auch abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.